Figuren und Handlungen sind die beiden wichtigsten Elemente erzählender Literatur, also von Romanen, Kurzgeschichten, Novellen. Daher ist es wichtig, ein wenig Wissen zu haben über diese Fachbegriffe, weil sie zum Handwerkszeug von Schülern und Schülerinnen im Deutschunterricht gehören. Handlung lässt sich definieren als zusammenhängende Reihe von Ereignissen oder Begebenheiten. Es gibt verwandte Begriffe, also Begriffe, die ähnlich benutzt werden wie der Begriff Handlung. Das sind Geschichte, Plot und Fabel, wobei Plot aus dem Englischen übernommen worden ist. Handlungen lassen sich einordnen als Haupt- oder Nebenhandlungen. Die Haupthandlung eines Textes, eines Romans, einer Kurzgeschichte besteht aus den wichtigsten Begebenheiten. Die Nebenhandlungen sind abhängige Begebenheiten, die zur Haupthandlung beitragen. Die Nebenhandlungen existieren also nicht ohne die Haupthandlung, sie sind von ihr abhängig und tragen zum Verständnis der Haupthandlung oder zum Verständnis einzelner Figuren oder andere Elemente der Haupthandlung tragen die Nebenhandlungen bei. Die Handlung lässt sich außerdem unterscheiden in innere und äußere Handlung. Die äußere Handlung betrifft die Außenwelt der Figuren, also das, was sie nach außen hin tun, ihr Handeln, ihr Verhalten, wie sie mit anderen Figuren interagieren. Das ist die äußere Handlung. Und die innere Handlung betrifft die Innenwelt der Figuren, ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre ethisch-moralische Entwicklung. Mit dem Letzten ist Folgendes gemeint. In literarischen Texten werden ja sehr häufig moralische oder ethische Fragen thematisiert oder gestaltet. Das heißt, Fragestellungen, die sich darauf beziehen, wie man richtig und gut handelt. Und da ist es eben so, dass Figuren eine innere Entwicklung durchmachen können, was ihnen durch das, was ihnen von außen, aus der Außenwelt geschieht. Neben der Definition von Handlung und der Unterteilung in Haupt- und Nebenhandlung oder innere und äußere Handlung lässt sich Handlung auch noch betrachten unter eher strukturellen Begriffen, nämlich wie sie aufgebaut ist. Das ist dieser Punkt hier. Und da ist es auf der einfachsten Ebene so, dass so gut wie jeder Text einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, dass in Anfangsteil bestimmte Dinge vorgestellt werden, Figuren, Schauplätze werden vorgestellt. In der Mitte entwickelt sich die Handlung. Häufig ist das auch mit einer Spannungskurve verbunden und die Konflikte, die insbesondere in diesem Mittelteil entwickelt werden, dargestellt werden, werden dann irgendeiner glücklichen oder tragischen Lösung zugeführt oder sie können auch ungelöst bleiben. Das ist dann das Ende der Handlung. Also das ist eine sehr einfache Einteilung, die aber häufig insbesondere im Schulunterricht benutzt wird, um Texte ein wenig strukturieren zu können. Also Anfang, Mitte und Ende der Handlung. Jetzt kommen wir zur Zeitgestaltung. Damit ist folgendes gemeint. Handlung entwickelt sich und kann sich entwickeln, zum Beispiel linear. Das heißt, Ereignisse geschehen nacheinander in der Zeit und werden auch so erzählt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, diese Aufeinanderfolge zu gestalten und das wird eben auch sehr häufig in literarischen Texten gemacht und das wird zusammengefasst unter dem Begriff der Zeitgestaltung. Und da sind zwei Begriffe sehr wichtig. Nämlich einmal der Begriff der Erzählzeit und zum Zweiten der Begriff der Erzählzeit. Die Erzählzeit ist die Zeit, die das Erzählen bzw. das Lesen dauert. Das heißt, man liest einige Seiten und das dauert, sagen wir einmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Demgegenüber gibt es die Erzählzeit. Das ist die Zeit, die die Handlung von Anfang bis Ende umfasst, also die Zeit in unserem Beispiel, die erzählt wird in den 20 Minuten, in denen ich diesen Text oder Teile des Textes lese. Und das kann ja eine weitaus längere Zeit sein. In diesen 20 Minuten der erzählten Handlung können Stunden, Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte vergehen. Je nachdem, wie man diese Zeit gestaltet, wie knapp man erzählt oder wie ausführlich man erzählt. Und das kann eben auch so sein, dass in diesen 20 Minuten nur erzählte Zeit von zwei Minuten erzählt wird. Es vergehen für die Figuren nur zwei Minuten, weil sehr viele Details erzählt werden, weil der Autor in sehr detaillierter Weise auf die, zum Beispiel auf die Gedanken oder die Gefühle und das, was im Bewusstsein dieser Figuren abläuft, Bezug nimmt. Das ist dann die erzählte Zeit. Für einzelne Formen dieser Zeitgestaltung gibt es dann noch spezielle Begriffe, die ich jetzt kurz noch erläutern werde. Das ist einmal der Begriff der Zeitraffung, wie in dem Beispiel mit den 20 Minuten der Erzählzeit ist es so, dass in diese 20 Minuten dann weitaus längere Zeitabschnitte der erzählten Zeit gestaltet werden. Das können dann, wie gesagt, Stunden, Tage, Wochen, Jahrzehnte, Jahrhunderte können das sein. Das wäre die Zeitraffung. Der zweite Begriff der Zeitdeckung entspricht einer erzählten Zeit, die in etwa der Erzählzeit entspricht. Also in diesen 20 Minuten vergehen auch für die Figuren oder innerhalb innerhalb der Handlung in etwa diese Zeit von 20 Minuten oder etwas länger. Das ist natürlich nie ganz genau zu nehmen. Das ist die Zeitdeckung. Zeitdehnung ist das Gegenteil von Zeitraffung. In diesen 20 Minuten wird halt eine erzählte Zeit, läuft eine erzählte Zeit ab, die viel weniger als diese 20 Minuten sind. Und das können dann wenige Minuten sein, das können auch Sekunden sein, je nachdem wie der Autor das gestaltet. Dann gibt es noch drei Begriffe hier im unteren Teil des Kastens, des Files. Da ist es so, Rückblende, Vorausdeutung und Simultanität. Bei der Rückblende ist es so, dass in einer Handlung ein Rückblick auf eine zurückliegende Handlung genommen wird, die Tage, Wochen, Monate, Jahre zurückliegen kann. Dieser Begriff der Rückblende kommt aus der Filmtechnik. Vorausdeutung ist das Gegenteil dazu. Das heißt, es wird sozusagen in die Zukunft gesprungen und es werden Aussagen über die zukünftige Handlung gemacht. Das können auch nur Andeutungen sein. Das wird manchmal benutzt, um Spannung zu erzeugen. Der abschließende Begriff der Simultanität bedeutet, dass auch zeitlich parallele Handlungsstränge, Handlungsabläufe erzählt werden können, die eben zur gleichen Zeit ablaufen, die also simultan ablaufen. Das ist Wissen über den Begriff der Handlung, von dem man gehört haben sollte oder das man kennen sollte, wenn man im Rahmen des Deutschunterrichts sich mit erzählenden Texten auseinandersetzt oder auseinandersetzen muss. Ich hoffe, die Informationen, die ich hier gegeben habe, sind hilfreich.